Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit Minimengleich. Es ist wieder so weit, es ist Rumble Time. Und ja, ich sag mal so, Gilde 1 ist noch nicht ganz voll. Gilde 2 sucht auch noch Verstärkung. Ich präsentiere euch jetzt momentan erstmal hier mein Team, mein aktuelles Team von Gilde 1. Da haben wir mich da oben, den Diatronic, Secret Fight Club. Pusche, Secret Fight Club. Chris, Secret Fight Club. Eat Fresh Food, Secret Fight Club. Herr Bausen, ebenfalls der Mark Oliver 500 arbeitet noch daran. Der Blitzkrieg, Secret Fight Club. Der Vini, Secret Fight Club. De Nero wird sowieso wieder aktiv werden. Low ist noch auf dem Weg. Low wird momentan von Sacy gespielt. Auch wenn da vier Tage inaktiv steht, das hat nichts zu bedeuten. Low wird auf jeden Fall beim Rumble wieder aktiv werden. Genau so der Lord Universe. Das ist unser, also wer das nicht kennt, wer uns noch nicht kennt, der hat das nicht mitbekommen. Lord Universe ist der Mamish Account. Mamish hatte irgendwann keine Lust mehr gehabt auf das Spiel und hatte uns einfach den Account geschenkt. Und ich wusste noch nicht so richtig, was soll ich mit dem Account jetzt machen, weil noch einen weiteren Spielen wäre für mich wahrscheinlich ein klein wenig zu viel. Und dann, äh, jo. Hatte, aber ich, die Frage stellte sich dann gar nicht mehr, weil der Herr sofort sich das Ding dann einfach mal unter den Nagel gerissen hat. Jo, und den kriegt man da auch nicht mehr weg. So, ähm, das heißt, da er ja momentan versucht, seinen anderen Account hier hoch zu pushen, wird dieser Account auch wieder aktiv werden, sobald der Rumble ist. Also der aktiv, der aktiv, der aktiv. Ich hoffe, ich weiß noch nicht so richtig, was mit Luca jetzt ist. Ist jetzt auch wieder fünf Tage offline gewesen. Aber, ich sehe das momentan bei ihm entspannt. Ist sowieso, er ist einer unserer Stärksten und der wird mit Sicherheit auch wieder was tun. So, Gold Elite, Secret Fight Club, dein Vater, Arena 15, nochmal Arena 15. Johnny Bauer, Arena 15, Raffi Traffi Arena 12. Wolf League 2L, auch im Secret Fight Club. Juju Di Laurentiis, der Backtash. Florian Gaming ist auch schon bald soweit. Arschkrebs. Das ist unser Nüsse. Nüsse hat tatsächlich sein Account verloren, als er das Spiel deinstalliert hatte. Und dann ging das nicht mehr. Kam er nicht mehr ran. Daraufhin hat Chris ihm seinen Account, seinen zweiten Account geschenkt. Und das ist der Arschkrebs. Also, das ist Nüsse. Dann haben wir hier Shadani, YouTube. Den Fresh Prince. Gekko Moria ist auch im Secret Fight Club. Mikael Yamakasi im Secret Fight Club. Berlin Crime ist der zweite Account von Yamakasi. Definitiv sehr aktiv. Der Destroyer, the number one from Guild number two. Das war unser bester Spieler in Guild number two. Und hatte mehr erreicht, als ich. Biddy, der Boss. Auch Nachrücke aus Guild 2. XX Strike war auch extrem stark. Ein Platz direkt hinter mir in Guild 2. Big Tasty Rob. Auch aus Guild 2 gekommen. Super geile, aktive, heiße Spiele. Orients. Daniel. Zomboss. Sehr immer fleißig mitkommentiert. Bloody Fruit. Und dann haben wir hier den Petro Geli. Ist jetzt auch wieder aktiv geworden. WMW. Boston Bruin. Lola Lel P. Kaffee Junkie. Der Gamer Guy. Auch im Secret Fight Club. So, jetzt haben wir hier mal ein paar Leute. Da weiß ich aber, dass die auch wieder aktiv waren. Yammy Yam. El Sola. Und der Tobias. Bei Tim G. Und beim Hitman weiß ich es aktuell nicht. Da bin ich mir jetzt echt sehr, sehr unsicher. Und ähm. Ja. Ich weiß nicht, was ich da jetzt momentan. Eigentlich müsste ich die Plätze räumen. Ich habe keine Ahnung aktuell. Also das ist auf jeden Fall unser aktuelles, geiles, wirklich Team. Und wie ihr seht, da oben ist jetzt noch ein Plätzchen frei. Ich garantiere euch, fast jeder hier wird aktiv sein. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, dass wir diesmal mit einer durchschnittlichen Beteiligung von mal, keine Ahnung, 44, 44, 45 Aktiven rechnen können. Das ist so jetzt einfach mal meine, meine Prognose, so wie das Ganze hier aussieht, weil die Leute sind echt heiß. Und wenn ihr Bock drauf habt. Das heißt also, wir sind diesmal wieder, also ziemlich sicher am Start mit, keine Ahnung, Richtung Top 200, vielleicht sogar Richtung Top 100. Müssen wir mal schauen. Wenn ihr noch den letzten Platz belegen wollt, dann, ja. Und ihr sagt auch, ich bin aktiv, ich habe Bock drauf, euch zu unterstützen. Dann guckt einfach rein und guckt nach sofort und gleich YT YouTube. Und dann, jo, wird lustig werden. 703 Pokale haben wir insgesamt. Und ich würde mal sagen, das ist diesmal ein Hammer, Hammer Team. Das soll nicht bedeuten, dass wir nicht schon Hammer Teams hatten. Wir waren ja schon zweimal in der Top 100 gewesen. Einmal Platz 75 beim vorletzten Rumble, Platz 67 geworden. Ja, leider haben wir uns dann danach, nach unserem besten Ergebnis, 10 der besten Spieler verlassen. Das hat dann ein tiefes Loch bei uns hinterlassen. Die Gilde musste neu sortiert werden. Ja, ist nun mal so, aber ich denke mal, diesmal haben wir echt ein brachiales Team zusammen, die einfach nur zusammenhalten werden und hier richtig Vollgas geben. So, jo, das zu meiner Einladung hier. Jetzt werde ich nochmal ein paar Kämpfe machen. Da gab es wieder ein paar, die sich das gewünscht haben, auf jeden Fall. Und dann schaue ich doch mal. Der Bektasch hat es sich auf jeden Fall wieder gewünscht. Der Bektasch wünscht sich das immer. Er möchte zeigen, dass ich gegen ihn Probleme haben werde. Davon kann ich jetzt einfach mal ausgehen. So, da ist er. Kommt er gleich mit dem Bobby. Den hat er aber schon lange, den Bobby. Den hat er länger als ich. Jetzt, jetzt, die Frage, machen wir hier ein Gewehr. Und dann kommt er hier mit einem Whirlpool. Und dann haben wir hier eine Padel, da Peggy. Jetzt gucken wir erst einmal, was wir mit dem Kerl hier anfangen können. Ich habe aber auch einen Bobby. Aber meiner ist nicht so toll wie deiner. Soll ich den wirklich jetzt verheizen? Ich setze jetzt hier erstmal eine Lila gegen den Termin um 4.30 Uhr. Termin um 4.30 Uhr ist ja sowieso eine Pre-Combo. Und die wird ja jetzt nicht stärker werden. Insofern wird meine Lila zwar draufgehen, aber das macht mir jetzt mal nichts. Ich kann jetzt hier mit dem Scharfschützen scharfschießen. So, jetzt machen wir nochmal ganz kurz die einäugige Ballkanone. Und the backtouch is beswungen. So, und es geht jetzt weiter. Jetzt schauen wir einfach mal, wen wir uns als nächstes hier vornehmen werden. Den Blitzkrieg, vor dem habe ich Angst. Blitzkrieg wird, das ist quasi unser zweiter Garden, wenn man so will. Das ist brutal. Komm, wir machen das einfach mal jetzt. Ich will einfach mal richtig schön auf die Fresse kriegen. Mal richtig schön die Hucke voll bekommen. Jetzt hier, komm. Und wer könnte das besser machen als Blitzkrieg? Das ist jetzt nichts gegen die anderen Geldmitglieder. Aber, ja, Blitzy, brutal. Also, jetzt schauen wir mal. Kommt jetzt erstmal hier mit einer normalen Lila an. Das Scheißentreckhasenkostüm funktioniert aber auch jetzt echt mit gar nichts. Schauen wir uns erstmal an hier mit einer Furzschule. Na, kommt noch mit der Klopperella. Okay, Klopperella gefällt mir nicht. Aber, you have a problem with your... Ah, nee, der gibt ja noch den Bonus. Ein Scheißentreck. Ein Scheißentreck. Jetzt muss ich erstmal überlegen, warum wir jetzt mal erstmal hier die... Äh, die Luis. Äh, das wird nicht gut. Ich krieg zwar Leben, äh, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Wenn er tot ist, ist er tot. So, ähm, ja. Jetzt bin ich schon tot. So. Ähm, ja. Das war... Das war nichts. Daher, der hatte mich, äh, wie zu erwarten, hat er mich kaputt gemacht. Einfach so kaputt gemacht. Der Tablitzkrieg hat er mich einfach hier vernichtet, der kaputt gemacht. So, aber genau so. Extrem gefährlich. Puschel und Kriss. Auch Diedronik, selbstverständlich. Aber jetzt mach es hier gegen Puzzle. Puzzle. Puschel ist jetzt hier auch eine... Eine ganz harte Nummer. Schauen wir doch einfach mal da rein, was der Puschel... Oh, ha, 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 ha. Mit was kommt denn der da gleich? oh my fucking god man wird es mir jetzt schon ganz schwindelig ich das sehe soll ich dagegen jetzt großartig anrichten mit ner 12 erbombe legt mich doch an der bubbel es kann doch nicht dein ernst sein jetzt gehe ich erst mal mit bockchen ich muss erst mal weg von dem komischen wieder eine an der kunde im teufel link du hast wohl eine meise es geht immer gar nicht hier und so so geht es aber nicht hier noch das ist der politiker oh my fucking god bar frei teufel heng burgers und frei da sieht man dann da bin ich doch ein ganz ganz kleines armes lichtchen also ihr seht auf jeden fall wir sind brutal stark aufgestellt mit extrem starken spielern in stamm spielern plus jetzt noch mal verstärkung aus gilde 2 wer hat sich denn noch gewünscht gewünscht hat er sich es noch florian wünscht sich das sowieso immer noch mal gegen den dann der arschkrebs so gucken wir mal also florian der vitruvianische mensch geht es sich auch mit nix geht es sich auch nix kann ich nur machen dass hier clown maschine kann wenigstens ein bisschen an leben wieder zurückholen aber das reicht nicht mit gegen das das funktioniert was man die klappereller osterhasen peter der osterhasen peter wäre jetzt nicht die schlechteste wahl oh mein gott noch mal backtasch florian florian sorry oh mein gott jetzt wird es echt harik 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 aber ich bin noch bin ich im game noch bin ich im game freunde noch ist hier nichts gelaufen und ja das ganze sieht stark danach aus als könnte ich hier tatsächlich ja den kann ja sowieso nicht zweimal blocken wow florian du hast mir jetzt auch hier wieder ganz schön die hölle heiß gemacht mein freund ähm das war knapp so wen haben wir denn noch hier da ist der chris chris ist jetzt gerade noch aktiv kommen den chris nehmen wir uns jetzt auch mal schnell vor und dann schauen wir doch einfach mal was ich gegen den chris überhaupt machen kann wenn ich überhaupt etwas gegen ihn machen kann ich vermute er wird mich jetzt auch einfach nur absolut vernichten und wie gesagt wenn ihr auch bock drauf habt teil dieses geilen teams zu sein dann joint oder kommt erst mal in gilde 2 behauptet euch dort und dann könnt ihr so wie viele andere auch in gilde 1 hochkommen so jetzt wird mache ich mir jetzt haben wir den doink immer erst mal hier den betrunkenen peter der betrunkenen peter wird jetzt sowieso erstmal alles vernichten was da überhaupt irgendwo kommt ähm das ist jetzt allerdings weniger schön ich meine dass man den rollschuh peter wachmann oh my fucking got chris du bist echt so crazy man ich werde bekloppt jetzt wird es echt heiß also à also da machen mich erst mal hier runter kuppeln würde na ne aber ich muss hier ehrlich aber das wird jetzt erst ganz brutal nein 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 ich weiß nicht was ich mache soll ich weiß nicht was ich habe keine Chance. Heavy Metal Haley da hinten noch hingeflatscht. Oh mein Gott, also das könnte, also Chris könnte jetzt hier diesmal Number One werden, ne? So wie das aussieht. Mein lieber Scholli, Kollege, haust du da ein Ding raus? Eat Fresh Food. Ah ne, der Lo, Quatsch, der Lo ist ja so. Äh, stimmt ja. Lo wird ja gar nicht mehr von Ceci gespielt. Lo ist ja back. Eat Fresh Food wird ja von Ceci gespielt. Mmh, no, lo. Ah, Arsch. Ich hoffe, dass er, ich weiß es nicht. Liktuell, Gold Elite, Raffi Traffi, Juju Di Laurentiis, der Bekta, der Arschkrebs, der Schadani hat es sich auch gewünscht. Kommen wir mal gegen den Arschkrebs. Mh, unser Christoph Acker Nüssi, der freut sich natürlich dann riesig, wenn wir mal hier ein Kämpfchen gegen ihn machen. So, ist natürlich jetzt nicht so stark. Also das muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber das macht auch überhaupt nichts aus. Ähm, dafür wissen wir, dass er sehr aktiv ist. Und er war Teil immer dieser Gilde gewesen, schon seit Ewigkeiten. Und dann kann man da auch mal Rücksicht drauf nehmen. Ja, aber hier mal jetzt den... Waffen Sicherheitspeter. So, den Arschkrebs. Also, dann haben wir als nächstes auf der Liste. Wo ist er? 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 Wo ist er dann? Wo hat er sich dann versteckt? der kollege wo hat er sich wo hat er sich versteckt da ist der ravi der schadini wünscht sich das auch dann machen wir jetzt mal kurz ein kämpfchen gegen den schadini gucken wir uns das mal an so der schadini youtube ich hoffe dass du nicht danach gehst noch einen kampf gemacht und dann weg ist nein das macht er nicht das glaube ich nicht so jetzt 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 wird es jetzt ja jetzt kommt sandwich hier jetzt wird sandwich leute jetzt kommt sandwich da ist jetzt feierabend hier aber guck mal da du tina whirlpool bobby und so weiter und so fort mein freund der schadini hat er auch gleich hier mehrere dinge am start und das war alles nur lila das hä wie viel hat er da überhaupt jetzt muss ich mal ganz kurz der neu gucki hier das guck späte so oder schadini ja hat gesagt er hat sein deck umgestellt ich soll doch bitte mal drei kämpfe gegen ihn machen er will mal sehen wie sein deck sich so schlägt kommen wir mal kommt mit dem gewehr ok gut ich fange jetzt erstmal mit dem badminton roger ich werde ich werde jetzt hier einem hasen kostüm und jetzt hier mit maskierten helden loslegen so nein das wäre jetzt keine gute idee wir pushen jetzt erstmal hier den maskierten helden ja jetzt habe ich hier noch die cute witch of the north und damit hätten wir jetzt zumindest mal match 1 gegen gecko moria gewonnen machen wir unser zweites match wo ist er denn zweites match gegen gecko moria zweites match gegen gecko moria und da ist es denn ok ja jetzt ist natürlich vorbei na jetzt ist natürlich vorbei sorry da da beißt die maus keinen faden ab das ding ist gelaufen ich habe es jetzt falsch rum gespielt aber bei der furz schule für hochbegabten marsch mit eigentlich weniger im kopf also nun per g am start dann ist das ding auf jeden fall rum da kannst du auch nichts mehr dagegen machen das ist einfach das ist dann einfach so so gecko moria ein zweites mal besiegt tut mir jetzt nicht leid aber das so conservative einem dritten kampf gegen gecko moria wo ist er dann sich dann versteckt sich dann versteckt wo ist er dann wo ist er dann wo sie dann wo sie dann wo sie dann da ist er so also gegen geko moria und dann sind wir so nun schmeiß erst mal hier ja gut das wäre natürlich jetzt hier 13 leben zurück damit lohnt sich so nicht wirklich gehen also das ist jetzt der hipster donald ist aber auch brutal der hipster donald wird den auch platt kriegen ich noch was warum nehme ich dann das gewähr so das ist aber jetzt auch nämlich das hier für die lila und das andere für dat pegg so mal weiter hätte da so und jetzt was ist denn das dahinten alles pimperou ok wir pushen jetzt erstmal robert aber das ding ist ja gewonnen so war jetzt dann doch schon etwas schwieriger gewesen ja da möchte ich mal sagen genau das bin ich wen haben wir denn noch wen haben wir denn noch den haben wir denn noch wenn man die der boss hat sich auch gewünscht und der xtrike hat sich gewünscht ok pity der boss und der xtrike so die beiden auch noch mal schnell und dann gehe ich ins so jetzt guck ich erst mal was mache ich jetzt mit denen ich könnte natürlich hier den rekordhalter ist denn noch auspacken und der wird jetzt aber auch zwingend notwendig sein weil sonst haut mich die einfach da weg sonst ein badminton rutscht ja 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 mal hier mal den peter erst mal hin so gegen pity der boss aber jetzt einfach mal das war jetzt auch so wie schaut es denn jetzt noch aus so berlin crime und ich glaube auch big tasty rob wollte glaube ich auch ein kampf haben heiliges blechle ich kämpfe hier mehr gegen meine eigenen gilt mit wieder als gegen alle so aber gerne so was mache ich jetzt hier das ist jetzt ähm nicht so wirklich optimal mit der putzfrau würde ich schon mal alles runterkrüppeln bei so oder kann der ja schon mal gar nicht mehr so viel machen wenn ich jetzt noch mal mit der emi mit pushen würde dann ist der weg ohne auch wirklich was angestellt zu haben dann haben wir den denkhafen und jetzt das gewehr so so jetzt gucken wir hier nochmal rein nee das will ich doch gar nicht so wo haben wir denn okay also jetzt machen wir nochmal gegen big tasty rob okay also jetzt machen wir nochmal gegen big tasty rob herr daniel ist auch schon seit ewigkeiten bei uns in der gilder sensationell von ihm hört und sieht man irgendwie so nicht wirklich viel aber es ist schon what die karte habe ich heute schon einmal zu gesicht bekommen ähm ich ahne das übelste jetzt gucken wir mal ein bernit bob ähm erstmal hier den roger aber da kommt jetzt zum glück nicht ganz so viel brutales nach das ist der sexualkunde peter und diesmal kann er ja nicht großartig vorbeihauen es sind ja nur zwei karten da so wow big tasty rob mir steht gerade eine schweißperle auf der stirn so dann schauen wir mal weiter dann schauen wir mal weiter mehr haben wir noch mehr haben wir noch hmm 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 so machen wir jetzt gerade auch noch auf die schnelle hier so hmm 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 ja das heißt ich fange jetzt an mit der furzschule vorbegabter hmm hmm mach jetzt mal hier erstmal daddy ist weg hin hmm 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 ja jetzt muss ich umdenken ich muss jetzt erstmal die peggy spielen ayy shit das war jetzt kein guter start jetzt oh scheiße bloody fruit bloody fruit what the hell ey ehrlich war hier bloody fruit sag mal der 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 macht mich doch schliff der kerl der macht mich fertig hier das ist aber extrem stark mein lieber scholli bloody rude das ist meine hausnummer jetzt hier du hast mich quasi richtig vernichtet wenn du so willst ja vernichtet hat er mich ähm der zum bus noch genau und dann sind wir durch zum bus oder der große z z oder das große z so immer schön aktiv auch in youtube mit dabei so da geht eigentlich kein tag an dem man nichts von z z z oder hier stewie long legs ah guck mal da hat er dann schon hier die die legendary machen wir jetzt erstmal die schlimme tina dann ist sowieso hier schicht im schaft schlimme tina jetzt noch der betrunkenen peter das what hatchet boomhauer was denn das kann ich auch noch nicht sagen ey hatchet boomhauer meine liebe scholli so das war jetzt hier mein ja meine gilden präsentation von gilde 1 gilde 2 hatten wir ja schon oft jetzt in den letzten tagen gehabt wenn ihr bock drauf habt wie gesagt teil dieser gilde zu werden dann jo schaut einfach nach ob ihr noch einen platz finden könnt ähm oder joint gilde 2 und kommt dann über den anderen weg mit hinzu zieht dann einfach durch und dann habt ihr euer plätzchen in gilde 1 euch verdient also dann würde ich mal sagen jetzt wünsche ich euch allen einen super geilen vatertag jo trinkt nicht zu viel lasst euch gut gehen feiert schön ich bin wie gesagt beim vatertags paddeln heute und also wildwasser rafting und dann schauen wir mal ob der herr gleich nochmal wieder zurückkommt also macht's gut bis dann und tschüss wenn ihr euch lasst mir einfach mal ein like da schreibt mir auch gerne was in die kommentare leider kann ich es ja erstmal tagsüber nicht sehen weil so auf dem fluss ist das glaube ich nicht ganz so gut während dem ich dann eure kommentare lese auf stand ab oder so ähm also macht's gut bis dann und tschüss Abo dalassen danke danke